Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Runde von Counter-Sprime. Mit dabei heute sind der liebe Dangklaze und der liebe Lucas. So und wir spielen eine Gelegenheitsrunde auf der Map Dust Splash. Schalobacht. Schalobacht. Herr Loweit sind die Leute. Sie sind nicht versteckt mich jetzt in einer Smok. Das ist meines Mails. Ich weiß es ist nur 3.5. Leumann hat sich die bessere Verkaufung. Warum? Ich bin tot. die Biss umgebracht worden ja das war ich oh mein Gott oh Gott es ist sehr Schade wer einfach da so hinter der Tür steht okay zwar war das jetzt auch der beste Gegner auf die Probe mal gucken, geht man Maus her, die geht schade eigentlich, dass sie gelingen als Spiel spielen ja, ich habe ja leider Wettkampfpause gehen wir zum B.A. also, ich bin bei B.B. ich bin Ballon Ballon, wie viel Long, Paul ist, was ist, Short ich bin, Short ist irgendwie Short hat sich zu stark gegriffen werden man muss zu offensiver, man darf nicht so defensiv spielen wo, wo, wo was erlebt noch ja, ich bin jemand ist Baby oh ja, ist Baby oh mal hab ihn super, okay, wo seid ihr? ich bin tot hab ich kein, ich bin ja mit der Hypop verdammt Niklas, Trott in Hilfe naja so, da war schon noch oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe hinter mir save me au nein, ich hab ihn nicht gekriegt schade äh ach man, mit ner Granate wie Udo ooooh okay ähhhh Lucas, siehst du noch? nein schade wo ist der Moxys Games? ich bin der, der als erstes von uns drei draufgegangen ist äh ja, was ist, was ist, ich geh da so mit ner Desert Eagle, so ganz gechitlang auf einmal, was ist da so n ganz gechitlang Omi, komm zu rückwärts hoch guck mal GT, der hat ne Cyrax oh, Basilisk, meine erste Waffe oh er hat meine Waffe oh, guck der ASDF an voll der Noob, er hat meine Waffe oh, meine Waffe vielleicht finde ich immer die ich find die Cyrax irgendwie auch ganz geil okay, Splitter stop auf wen wettet ihr, wer gewinnt? Splitterboy hatched glaub ich wieso? der stand gerade mit dem Gesicht ja, genauso wie er jetzt stand, ne der hat man um Spawn um äh, Plane Punkt A getötet mit dem Topfschuss okay mal gucken, wer gewinnt oh oh komm, komm jetzt muss er noch in Schärf werden komm, nur noch in Schärfen der wollte da ganz in Schärf easy mehr gestehen so hat war ich jemand zufälligen Timer angestartet gehabt gestartet gab davor h h naja, es ist vorbei, es ist die Runde vorbei, würde ich mal sagen, Maxi das stimmt warum trifft die Klaus immer durchwende hier ich schieße durch die Strecke ich schieße durch die Strecke ich schieße durch die Strecke da werden wir das wäre voll lustig, wenn Lukas der erste gewesen wäre, da drauf geht Jo, getroffen Jo, getroffen Jo, was passiert? oh er hat mir einfach ich komm so um die Ecke auf einmal, da gibt er mir Headshot so richtig ich weiß verdammt ach nee 0 seid ihr tot? wir sind wieder spielt ich lebe noch ich bin noch ganz fröhlich ach, ich seh dich da ich komm als zu dir äh perfekt noch eins klau mir erst mal den Kühl okay aber ich glaub hier sind halt keine mehr äh doch doch, sie gehen auf A wir gehen auf A oh Gott ich komm mit mir auf A oh, danke Lukas oh Gott ich würd dich überschaut gehen, oder? warte das ist mir relativ viel deutsch äh, wenn du mal schaut gehen, dann sterb mir bei der Kärnten-Adi äh, nee, könnte machen, der hat nur eine SSB ist mir egal, ich schaffe dir so warte hää hä?! ja bist du einfach down was du einmal getroffen hast du? ok kann man ja mal machen, ne? jaaa, rauswerfen ja ich drück mal F1 genau hab ich das einfach nicht gemacht aber gegen das sie tun genau ist sehr klar sie machte die Saison auf die Plätze von Mama 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 und das ist wirklich ausgeworfen wieso hast du recht an das drüber kann man hätte gern eigentlich wird nicht die Wand getroffen ich will der trifft sich auch immer nicht das ist ja die Lio wie er einfach so richtig feige weg geht anstatt dort zu bleiben und sich die Kürze um bist du Sander abgeben den Linken auch Schöne ist wohl schlecht niemals der 2 1 20 die Lio der Martin oder er ab 1 ich kann Als ob... Oh Gott, sind alle tot von uns? Hä, dieser Wunder... Ich suche mich mal an! Alle rufen mich an! Ich dachte mal, wie Leon hat immer so anzurufen. Matthias Timed Out, okay, gut. Wer ist denn noch da? Und jetzt ist noch der Splinter Boy da. Bob. Glaubt ihr es schafft es? Nicht Splinter Boy, Splinter Bob. Glaubt ihr es schafft es? Nein. Fähig? Ich hab'lisch gesagt auch nicht. Wbase, sag'l du keine... Das ist Go-Serie. Was? Du wirst du jetzt Go-Serie machst. Also, es gibt alle 2. Folge, das einfach nur so wird, vier zwischendurch. Durch. Genau, durch. Also, also, guck'l. So geht's dir keine Zwischenfragen, eine Vort續-Zwischendurch. Genau. das Prinz ach man was machst du für Kinder Bob weißt du wie viele Spieler von der Nacht die Bibliothek aber wie viele da steht ja mal zahlen ich habe jetzt fast 30 und wenn ich getroffen das Spiel ist bei mir auch nicht um ich habe 26 Spiele und du warst Prozent ich war auf jeden Fall getroffen ich auch von so ein Typen ich mache so wie die Typen seid ihr beides rot aktuell noch nur Herzschwunsch wo auch wo sind sie Elisabeth ach da auch mit mir meinung und so an die Eichhörer so wie ein Teil so wie geht sie einfach abstopft als ob wir so kommen wird und gar nicht der Sache kommen geschafft das nicht lassen muss erinnern ich hätte ihn getötet hätte er hätte ich gewinnt mit dem schrecklichen Bild guck dir nicht Headshot an uns muss zu bleiben so wird ein Video lizenziert ob wir so nicht den Headshot gesehen das ist auch gut so und guck ich auch nicht wirklich auch nicht wo wir heute schon an er hat sie immer bei der Waffe gestoppt das ist der Fall ich bin aus meinem Kopf rauskriegt ihr habt es mir eingekriegt und heute kann es ein Video lizenzieren lassen ne es ist alle so okay Bild einfach für unten ein bisschen unerkennbar macht nicht alles zu tief so kann die Tücher sich frutschig Lama ist jetzt ein Schöpferdorf Tutti Frutti, wie ich danke. Tutti Frutti. Gib mir deine Waffe. Gib mir deine Waffe. Vertauschen. Deine Waffe, den meine. Wann hast du dieses YouTube erkannt? Nein. Scheiße. Hallo. Okay. Hedgehote ist lustig. Glitter. Hauber. Danke. Okay, jetzt habe ich noch 20 Muni. Hedgehote ist nett. Oh, oh. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wurde erwischt. Wo bist du? Zart bist erwischt. Hallo. Oh Mann, ey. Bist du tot? Ne, ich wollte gerade ein Tür. Verdammt, der ist in der Tür drin. Also genau im Anhang in der Tür. Jo, wie er mich geholt hat. Richtig nice. So, Lukas legt noch, ne? Ja tatsächlich. Wir sind auf A, Lukas. Oh, down. Und einer hat ne AWP. Momentan, Rem, du Scheiße. Wir sind auf B, du Spatten. Hä? Auf A. Auf B. Zwei auf B, zwei auf A dann halt. Aber B ist die Bombe. Das ist mir egal. Okay. Ist mir egal. Ja. Der hat den Käse geholt. Miau. Was macht der da? Der guckt mir Tika Joker an. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der hat eben eine Leitung. Oh Mann Tare. Oh Mann Tare. Tanrem. Bestimmt spielt das gerade seine Mutter, weil sie so... Und sie hat aber ein Haar vergessen, weil sie keine Ahnung hat. Und dann meint sie so, oh Mann Tare, was spielst du für Spiele? Hä? Das ist mal lustig, ich würde das wirklich so viel haben. Oh schade. Da ist die Bombe explodiert. Die Bombe ist in Ordnung. Oh Mann Tare, und es Rang sind 20. Oh Mann Tare, und dann, oh Mann Tare, und da... Wenn er wirklich die Mutter herausgefunden hätte, dass er das Spiel spielt, er ist so 8 Jahre alt. Und spielt das jetzt so. Dann hat sie ihn gleich umgelehnt, so auf Oh Mann Tare, und dann so, was spielst du für Spiele? als ob das hey genau am besten raus das springen euch alle um das sagst du bei Lukas hat wen angegriffen hast du mich angeschossen oh was der Terrell hedged ja aber ich hab ihn noch getroffen verdammt so leute glaubt er dass unser Team jetzt noch reist oder einig das ist ja noch da verdammt ich wollte mich mal wieder mit seinen tollen Hex ne das war jetzt hier im die Schleckern das war Boogie Man tut doch mal Wampi weiß immer wo er hingehen muss wie kann man so blöd sein er läuft da einfach rückwärts hoch er sieht der Kerr sogar doch können ein und die in Ordnung dann dann ja und als er die ungelegen ich auch vom erfen wie ab wir haben nicht gekillt hat er hat ein hallo es ist immer so leicht verdammt immer mit dem white warrior mit der bombe achten menschen Kinder hat oh mann Tamrenner was spielts wo wir spielen oh mein Gott, wir haben mit John Cena gespielt naja, wenn er das spielen würde, was man bei Chip aber als Werbung kriegen würde, könnte das sogar so sein der ist ran 5, alter John Cena spielt schon seit so lange, dass er schon ran 5 ist das ist krank er hat hier seltene Krankheit, Dummheit 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Anna Ollo, schädigt ihn besser als er irgendwie kommt keiner zum Punkt hin No Scope, er steht einfach, ich hab ihn noch erwischt Fahr das mit einer Schneidklasse Ja, Sniper, No Scope, richtig los Ist klar, dieser Rampapa, Rampapa, Rampapa springt einfach die ganze Zeit und schießt genau auf mich obwohl er mich gar nicht sieht Bester Hacker Europas berühmt Welch ist hier, Rampapa, wie heißt das? Ja, er ist live wie ich jemanden melde Tup 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 Ok geschafft wie komisch er ist, sich aber auch bewegt Wo ist Wampi, Alter? Wo ist Wampi? Wampi muss immer antworten und Wampi weiß immer genau wo er Land gehen muss und tut Tutsch! Yo! Tutsch zu Wampi zu! Wir sehen Wampi, weißt du, wo er hinschießen muss, damit er trifft. Hä? Wo hat Rampapa denn bitte schwingen geschossen? Okay, Leute, wir schaffen jetzt, aber wir schaffen die letzte Runde sicher noch. Seid ihr bereit, Action? Nein! Träumen weiter! Träumen weiter! Träumen weiter! Oh Mann, Taro, ich wurde sofort getötet. Wow! Deine Mutter ruft 해 Der Oma. Oha! Oha! Man sieht mehr für ein paar Helfer. Komm, Googie Man hat mich einfach mit der Granaten getötet. Ey, sie kommt von mit, sie kommt von mit... Wann ich? Ja! Jetzt kommt einer um die Ecke. Äh, er hat jemand getötet. Mein Apropa no gott! Ich hab mich auf einmal getroffen. Muss dann auch einmal treffen ist er tot. Achso, jetzt weiß ich wie er so gut ist. das ist nie der leckten doch noch ein bisschen zu tun geht sie auch ich hab die ehren um abend die arzt hier noch was ist auch ich jetzt auch Lukas dabei Lukas Eder ist so gut zu tun der Krosser hat so ich habe Ja, ist klar, hinter der Wand schießt du mich ab. Oh Leute. Lukas, Lukas, Lukas. Ja. Komm, komm. Nein, Virtus Pro verliert die Runde. Nicht. Virtus, tu mir das nicht an. So Leute, würde ich einfach mal sagen, ganz spontan, dann war es mit der heutigen Runde und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.